ja hallo meine lieben freunde hier auf geolven tv servus dass du hier wieder mal mit dabei bist das kann ich eigentlich zu mir selber am lautesten sagen denn ich war jetzt relativ lang nicht mehr hier auf dem kanal ich meine hier natürlich war ich da und der kanal war auch nicht weg aber ich habe eigentlich kaum etwas produziert weil ich einfach sehr viel stress gehabt habe die letzten ein zwei jahre wir hatten alle glaube relativ viel zu tun in dieser zeit die hier nach wie vor sehr aufregend und ja sehr spannend ist ich sage es mal einfach so ich habe die zeit einfach auch genutzt und habe einfach ein bisschen studiert ja in den letzten zwei jahren habe ein masterstudium abgeschlossen wollte ich einfach auch mal machen auch aufgrund meines doch schon fortgeschrittenen lebensalters mittlerweile und natürlich waren alle anderen umstände natürlich auch nicht so wahnsinnig prickelnd und hatte natürlich auch andere dinge zu tun und da war einfach der kanal jetzt einmal wirklich so ganz ganz unten hat man auch das lauft er alles will die videos sind ja gottse dank alle oder die meisten da die ich für relativ wichtig halte einfach zur gesunde erhaltung zur unterstützung der gesunde erhaltung zum supporten wie das so schön heißt und nehmen sie einfach auch mal einen grund zum anlass ja den ich als sehr sehr wichtig sehe weil es eine firma betrifft ein unternehmen dass ich einfach sehr sehr wichtig finde gerade am nahrungsergänzungsmittel sektor ich ja auch schon mal besucht habe und ein video darüber gemacht habe es dreht sich um lebenskraft pur ja und die haben mir mitgeteilt dass sie von heute weg ich hoffe es ist heute der dreizehnte schon einmal nach sicherheitshalber jetzt soll ich mal nach 13 juli 13 juli sollte genau und von heute weg bis 16 juli haben sie eine sogenannte sommeraktion eine sommeraktion genau die sachen sind alle um zehn prozent günstiger jetzt hole mal schnell das wortse per man dachte macht anders aber diese auch nicht schlecht ich hoffe man kann das lesen sommeraktion von lebenskraft pur zehn prozent und ich hoffe das ist jetzt nicht spiegelverkehr hat so wie ich das jetzt hier sehe zehn prozent sommeraktion halt immer ganz groß bei lebenskraft pur auch natürlich oder vor allem für kunden die sowieso schon bei lebenskraft pur einkaufen weil hier die qualität des service die bedienung alles rundherum einfach super super passt und ich habe nach wie vor sehr sehr guten kontakt was ich sehr sehr schätze ja das sind alles nur noch automatisiert abläuft sondern dass man die menschen vor allem auch kennt ja ganz liebe grüße von meiner seite hier natürlich mal an das lebenskraft pur team ja das ja in letzter zeit schon ziemlich gewachsen ist wie ich gehört habe ja wie gesagt lebenskraft pur hat eine sommeraktion es ist ja wirklich sommer und heiß beziehungsweise heute regnen regnet wieder mal aus relativ angenehm finde aber es hat trotzdem 26 grad bei mir herinnen wie gesagt eine sommeraktion ja meine lieben freunde das ist jetzt einfach mal der grund warum ich mich wieder mal melde wie gesagt ich hoffe das ist jetzt nicht spiegelverkehrt aber egal trotzdem von heute weg 13 bis 16 juli ja steht auch da drauf 2023 10 prozent rabatt und dann gibt es einen rabatt code ja denn nenne ich jetzt einfach mal zur sicherheitshalber und zwar großes s großes o 23 kleines a und ein kleines k ich hoffe schon dass das s und das o groß ist also so fix ist es jetzt gar nicht sonst muss man es halt einfach auch anders ausprobieren also hier noch mal so und vielleicht sollte es einfach so rein halten ja vielleicht ist es eh nur bei mir in der kamera spiegel verkehrt ich weiß es gerade nicht ja in dem sinne liebe freunde lasst es euch gut gehen ich schaue dass sie wieder bissel mehr hier produziere vor allem eben aber auch in normalen lebensfragen und in dem sinne wird da auch einiges jetzt einfach mal hochkommen habt so einen schönen tag nächste schöne tage was er immer guten sommer alles alles liebe euer geos ja